Wo ist denn der Kleiner? Keine Ahnung. Komm, lass uns gucken gehen. Da bist du ja, mein Kleiner. Mensch, wo warst du denn? Ich wollte einfach nur mal gucken. Hallo ihr, könnt ihr mir helfen, mein Zuhause zu finden? Natürlich. Ey, wartet auf mich. Ist das dein Zuhause? Ja, das ist es. Danke ihr Lieben. Kein Problem. Tschüss Hase. Wartet. Komm, wir gehen nach Hause.